Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Lex Mortis. Wir waren zuletzt in der Fabrik angelangt und wir waren eigentlich schon weiter, aber ich muss das jetzt nochmal spielen, weil wir ja leider geschnappt wurden. Ja, jetzt sehen wir wieder diesen hübschen Gesellen, der so ein bisschen aussieht wie so ein Schmetterling. Und es kam ein kleines Update raus für dieses Spiel, weshalb ich jetzt auch unseren gesamten Fortschritt im Grunde noch einmal spielen musste. Was mir nicht unbedingt gefällt, aber was soll's, ne? So, hier können wir raus. Ach nein, scheiße. Das ist ja... Ach Mist. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich dachte, das wäre das richtige Fenster. Okay, kein Problem. Machen wir einfach nochmal. Hat Keila gesehen. So, der ist aber ganz hübsch. Der schimmert so schön. Hier müssen wir runter. Jawohl. Und Jump. Wieso geht das nur in Zeitlupe? Wenn ich mal ganz unbefangen fragen darf. Ach, guck mal. Current Objective Escape. Ja, und wir haben ja festgestellt, die Aliens sind unter uns. Sie landen. Ach nein, wir müssen ja warten, bis der wieder zurückgeht. Und dann müssen wir uns nach links rausschleichen, war das, ne? Und ja, wie gesagt, es gab ein kleines Update und das hat mir den Spielstand zerschossen. Deswegen musste ich das jetzt alles nochmal spielen, bis zu diesem Punkt. Zum Glück haben wir ja noch nicht so viel gemacht. Ich habe jetzt einfach nur die Hauptstory sozusagen, wie wir sie schon hatten, noch einmal nachgespielt. Oh. Oh, der hat sich jetzt aber komisch umgedreht. Okay. Da geht's raus. Dann gehen wir doch mal raus. Oh, sie sind unter uns. Die Aliens. Ja, und ihr habt mir in den Kommentaren... Also erstmal vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, dass das Spiel so einen großen Anklang findet. Da bin ich ja ganz begeistert. Und ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, beziehungsweise eine Person hat mir das in die Kommentare geschrieben, dass das Spiel tatsächlich von nur einem einzigen Mann entwickelt wird. Oder beziehungsweise wurde. Und also ich muss wirklich zugeben, das ist... Dafür, dass es nur einer ist, ist das stark. Jetzt verliere ich gerade meine Stimme. Entschuldigung. Das ist stark. Das muss man, das kann man nicht leugnen. So, der Typ guckt nicht in unsere Richtung. Der da ganz hin, hat uns ja immer gekriegt. An dem kommen wir definitiv nicht vorbei. Ich probiere jetzt nochmal durch das Haus zu gehen, habe ich mir überlegt. Vielleicht können wir da irgendwie durch irgendein Schlupfloch noch irgendwas ausrichten. Ne, hier noch nicht. Hier. Hier ist auch unsere Markierung. Das ist sehr interessant. So, jetzt kommen diese komischen Knistel, Knistel. Keine Ahnung, warum. Also hier können wir definitiv nicht lang. Der Genosse entdeckt uns. So. Hier, die sind ja verschlossen. Dann müssen wir ja... Dann geht's ja nur hier lang. Dann geht es... Ähm... Da waren doch aber letztes Mal auch so ein Fever, doch das letzte Mal. Okay, das ist neu. Das kenne ich nicht. Ähm... Hallo? Ach, wir sind am... Da ist das Boot! Da ist unser Boot! Ja, das können wir dir jetzt so genau gar nicht sagen, aber mir fällt gerade was ein. Nein, ich hab was vergessen. Ich hab was vergessen. Vielleicht muss ich nur zurückkommen und check das Haus mal noch mal. Es war schmerz das Mal. Es war schmerz das Mal. Es war schmerz das Mal. Eine Sache, die ich weiß, dass ich mich aufhören muss. Ich will nicht mehr diese Freaks haben. Okay. Okay, also er ist jetzt aufgewacht, weiß nicht so richtig, was passiert ist und wundert sich und stellt fest, er hat vielleicht im Haus etwas übersehen. Mann, ich hab irgendwie so eine kratzige Stimme gerade. Es tut mir leid. So. Äh, ja, jetzt hab ich's ja wieder sehr geschickt gemacht, indem ich einfach vom Boot runterspringe. Aber ist egal, das Boot ist zumindest annähernd... Ja, guck mal, fliegende Fische! Fliegende Fische! Fliegende Fische! Guck mal, auch mit was für einer geradlinigen Präzision und Schnelligkeit, die sich durchs Wasser bewegen. Naja. Also ich sag ja nicht, dass das jetzt unbedingt total schlecht ist oder so, aber das ist ganz schön verbuggtes Spiel. Das kann man nicht leugnen und es ist eigentlich als fertig, es ist nicht als Early Access angegeben. Eigentlich durften da jetzt gar keine Updates oder sowas mehr kommen, nur noch Patches höchstens, um irgendwas Kleineres zu fixen. Aber mittlerweile ist es schon interessant, wie sich diese... Diese... Ähm, diese... Wie sagt man das? Ähm... Diese Erwartungshaltung der Spieler hat sich aber auch verändert mit diesem ganzen Early Access, ne? Man akzeptiert das mittlerweile, dass, ähm, so ein Spiel wie das hier als fertig gezeigt wird im Steam und als fertig verkauft wird, aber trotzdem fehlerhaft ist. Jetzt mal hin oder her, ob das nur ein Typ macht oder ein ganzes Team, ne? Das ist, ähm, das ist, ähm, das ist, ähm, sehr interessant und es ist halt ziemlich verbuggt. Das kann man nicht, äh, leugnen. Natürlich ist es nicht schlimm, wenn Eichhörnchen durch den Stein rennen oder wenn, äh, Fische rumfliegen, aber es wird ab dem Punkt irgendwie kacke, wenn ich im Leuchtturm, und das ist offscreen, ist mir das passiert, ich bin im Leuchtturm in die Wand reingebackt und bin nicht mehr rausgekommen. Und wenn man bis dahin schon einen Fortschritt hat, ist das natürlich blöd, ne? Aber da haben wir wenigstens was zu lachen, wenn die Eichhörnchen durch den Stein rennen, deswegen ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, aber ich finde es sehr interessant halt, wie irgendwie alle sagen, ach, das ist doch okay. Früher, also, ja, ich bin, ich bin jetzt nicht alt oder so, aber vielleicht ein bisschen älter als manche von euch, früher hätte es das nicht gegeben, ne? Das ist, ähm, interessant eigentlich. Ich weiß nicht, wenn man früher in den Laden gegangen wäre und man hätte sich ein Spiel gekauft, oh, hier sind Raten, und man hätte sich ein Spiel gekauft und dieses Spiel wäre völlig fehlerhaft, da wäre man da hingegangen und hätte gesagt, nö, hier, kannst du wieder haben. Aber früher konnte man Spiele auch noch umtauschen, da war das mit dem Raubkopieren auch nicht so schlimm. Obwohl ich mich erinnere, dass wir irgendwann mal ein, auch ein Computerspiel, was ich mir gekauft hatte, da war ich noch kleiner, äh, wollten wir zurückgeben. Und da gab es auch Spirenzeln, da haben die das im Laden, wollten sie nicht unbedingt machen. Weil schon damals die Raubkopien auf dem Vormarsch waren. Aber sie haben es dann doch gemacht, juhu. Und ich habe das jetzt nur erzählt, um euch, ähm, diesen Weg hier ein wenig zu verschönern, damit ihr euch nicht so langweilt. Aber vielleicht habt ihr euch ja gelangweilt, wer weiß, wer weiß. Wenn ich hier meine alten Kamellen auspacke und meine, äh, Moralkeule schwinge. Obwohl das ja weniger mit Moral zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das sehr hübsch gemacht. Es ist bloß, wie gesagt, diese Mischung aus unglaublich hübsch wie das hier, finde ich, sehr, sehr hübsch gemacht. Besonders das Licht halt. Ich finde das Licht klasse. Ähm, aber auch aus sehr billig halt. Wenn man die Häuser sich anguckt und auch halt die Bugs dann leider wieder, ne. Da ist nicht sehr viel reingesteckt worden. Und ich habe echt das, ich habe das Benzin vergessen, ne. Ich hätte eigentlich nochmal mit dem Schlüssel, den wir gefunden haben, hätte ich eigentlich nochmal in den Keller gehen müssen. Das habe ich jetzt völlig vergessen. Vielleicht können wir das jetzt noch schnell machen. Ach, guck mal, Game Saved, geil. Explore the House, ja, das machen wir gleich. Ich renne nochmal ganz kurz hier hin. Und probiere, in den Keller zu kommen. Mal gucken, ob das geht. Ich hoffe es, dass wir das noch schnell machen können. Ähm, wo ist denn hier der Eingang? Ist hier nicht der Eingang gewesen? Hallo? Diese schwarzen Wände sind aber auch, ey. Echt sexy. Na gut. Dann untersuchen wir nochmal unser Haus. Also wenn ich mich jetzt ein paar Mal räusper, das tut mir leid. Ich habe irgendwie gerade ein paar stimmliche Herausforderungen. So, da sind wir ja wieder. Und jetzt ist mal hell. Das ist ja sehr, sehr angenehm. Und hier liegt Kotze auf dem Boden. Mensch, wer hat sich denn da erleichtert? Okay, prüfen wir mal die ganzen Schubladen. Wir haben ja nichts Besseres zu tun. Und dann erst die unterste. Sonst sehen wir doch die unterste nicht mehr, wenn die in der Mitte offen ist. Mann, du bist so doof. So. Okay. Die rote Klecksfarbe ist immer noch da. Juhu. Ja, die Notes, die haben wir ja schon gelesen. Hier geht es um die Fähre, die nicht mehr wiederkam. Irgendwie oder die nicht da ist. Oder was auch immer. Irgendwas mit einer Fähre. Und hier, äh, ja, hier haben welche... Ach, das ist neu, oder? Tonight I watched these people... Okay, heute Nacht hat jemand beobachtet. Also diese Leute, welche einen Inselbewohner gekipnappt haben, die haben den auf eine Plattform mitgenommen. Und dann sind sie nach unten gefahren, in den Untergrund. Ach, und hier ist das Fenster, durch das wir springen konnten. Das habe ich gerade von außen gar nicht gesehen. Eieiei. Okay, naja, hier stand er gestern Nacht. Da oben ist das Fass. Ich glaube, da können wir nicht langen. Kann das sein? Ja, das kennen wir schon. Das schockt mich jetzt auch nicht mehr unbedingt. Aber hier alles voll mit Blut. Also ganz ehrlich, wenn das das Haus meines Vaters wäre, ich würde ein Herzinfarkt kriegen, wenn das Bett voll mit Blut ist. Vielleicht müssen wir dem Blut folgen. So wie bei Outlast. Follow the blood. So, wir gucken mal, ob wir hier hoch können. Theoretisch müsste ich ja über das Fass rüberspringen können. Ja, kann ich. Ach, come on, ich kann es sogar bewegen. Das ist cool. Hier ist überall Kotze. Das ist komische Weltraum-Kotze. Gut, dann gehen wir mal. Follow the Kotze heißt es dann hier. Bei Outlast ist es follow the blood und hier ist es follow the Kotze. Ich weiß nur, was kotzen heißt auf Englisch, aber ich weiß nicht, was Kotze heißt. Aber das wollen wir auch gar nicht wissen. Und ich sage viel zu oft das Wort Kotze, das ist ja eklig. Kotze. Erbrochenes. So, every single man who tried to leave the island has never returned. Nobody knows... Ja, ja. Ähm, da steht, irgendwas jagt uns. Jeder Mann, der versucht hat, diese Insel zu verlassen, ist niemals zurückgekehrt. Irgendwas jagt uns. Bla, bla. Hier ist wieder der Chuchu-Zug. Chuchu-Zug. Davon kriegen wir nicht genug. Genau. Hihi, Shamona. Für alle, die es kennen, hä 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 hä. Für alle, die es nicht kennen, ähm, ja. Ich bin nicht verrückt. Ich habe nur ganz viel Fantasie. So, hier sind wir ja... Sind wir hier durch... Ne, wieso liegen die Planken denn plötzlich hier? Wir sind doch eine Etage drüber durchgebrochen. Und jetzt, äh, rutschen wir vielleicht gleich auf Erbrochenem aus. Wer weiß, wer weiß. Okay, hier können wir immer noch keine Schubladen öffnen und nix. Ach, vielleicht müssen wir wieder hoch in das Zimmer, wo wir halt, ähm, das letzte Mal bei unserem letzten Hausbesuch rausgeflogen sind. Das würde zumindest irgendwie Sinn machen, ne? Das würde Sinn machen. Also lassen wir es krachen. Ich habe eine Drache. Draußen ist vor allen Dingen so schön Wind. Da kann man schön Drachen steigen lassen. So, mal gucken, ob sich die Notiz verändert hat. Äh, äh, nö. Die ist noch die gleiche. Er packt seine Sachen zusammen und versucht, die Sinn zu verlassen. Er wüsste nur gerne, wie. Schauen wir mal, ob die Tür hier hinten offen ist. Und jetzt kommt wieder irgendein ekliger Jumpscare. Aber hier auch der Lichteinfall ist echt schön gemacht eigentlich. Und auch annähernd realistisch, wenn die Sonne da ist. Ja, okay, es ist realistisch. Finde ich gut. Allerdings kann... Ist das jetzt schwierig zu glauben? Was? Ich verpasse schon wieder alles, weil ich irgendwo anders hingucke. Jetzt kommt wieder irgendwas zum Kreischen gleich. Ach, guck mal, da liegt eine Notiz. Die können wir mal ganz frech ignorieren. Nein, wir lesen sie natürlich. Übelst viel drauf. Mal sehen, was in Wirklichkeit drauf steht. Ach. Ähm. A couple of hours ago, we were able to communicate with a group of survivors. Have you... Was? Was? Ah, man kann ja auch eine... ein Auto bekommen. Stimmt, das hattet ihr mir, glaube ich, auch in die Kommentare geschrieben, dass man hier auch mit dem Auto rumfahren kann. Das ist natürlich extrem geil. Muss man bloß auch wieder aufs Benzin ein bisschen gucken, ne? Okay, also gut, dass er das selber zusammengefasst hat. Sein Vater ist also mit einer Gruppe anderer Menschen nach Crowtown gefahren. Wir können ja mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Das müsste oben links sein, oder? Habe ich das nicht schon mal gesehen? Ja, hier oben links. Das blaue links. Crowtown Church. Und links Crowtown, das rote. Okay. Ja, zum Glück ist das ja direkt um die Ecke, ne? Da werden wir uns auf jeden Fall auf den Weg machen. Oh, ich dachte schon, es ist schon wieder schnell Nacht geworden, ey. Ey, das wäre jetzt fies geworden. Ey, die Kotze ist weg. Nur noch so Schlierenstreifen. Und unten ist dafür jetzt mehr. Oder läuft hier der gute Schnaps aus? Ach nee, hier ist es ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, läuft hier der wertvolle Fusel aus? Oh mein Gott. Tschut, tschut, tschut. So, dann verlassen wir mal diese olle Hütte. Ah, hier steht ja, ja, hier steht ein Wrack von einem Auto. Ganz bezaubernd, ne? Okay, wir müssen ein Auto finden. Ich würde sagen, dann gehen wir mal in die Stadt. Das Ding hier ist ja umgekippt. Und obwohl wir gehen mal, vielleicht ist es ja näher, als man denkt. Hier können wir definitiv nicht rein. Also ich bin jetzt keine Autoexpertin, aber ich glaube, mit dem Ding kann man nicht mehr fahren. So, gucken wir mal, ob die Headbangenden Grashalme noch da sind. Ja, sie sind noch da, Gott sei Dank. Ich hatte schon Angst, dass die Headbangenden Grashalme jetzt weggepatcht wurden. Und wir uns jetzt selber irgendwie ein bisschen die Zeit vertreiben müssen. Ohne, dass die da zu wild mit den Köpfen wackeln. Ich laufe jetzt einfach mal diesen Weg lang. Ich weiß gar nicht, wo es hier hingeht. Ich glaube, wir gehen jetzt weiter nach Norden. Aber ich will gerne wissen, wenn es einen Weg gibt, muss es auch ein Ziel geben, was man mit diesem Weg erreichen kann. Und genau das möchte ich jetzt sehen. Ach, guck mal, der nördliche Wald. Der Nordwald. Ach, wir können ja mal speichern. Jo. Ich hoffe nur, wie gesagt, dass das mit den Updates und so nicht öfter kommt, weil sonst wäre das echt nicht gut. Für uns. Weil ich dann immer wieder alles das neu spielen müsste, was wir jetzt erreichen. Aber ich habe gelesen, es soll öfter kommen. Das beantwortet eigentlich schon die Frage, ne? Ach, guck mal hier, so eine richtig breitere Straße. Das ist auch nicht schlecht, wa? Aber ich würde sagen, wir laufen jetzt zwar hier und erkunden so ein bisschen noch, aber wir gehen dann auch in Richtung Crow Town. Vielleicht tanzen ja da die Puppen, vielleicht steppt da der Bär, vielleicht sagen sich dort Fuchs und Elster, gute Nacht. Oder Fuchs und Hase. Wie man es halt sieht. So, ist da hinten ein Auto? Das sieht vielversprechend aus. Wenn das jetzt wirklich ein Auto ist, was wir benutzen können, dann bin ich instinktiv wirklich in die richtige Richtung gerannt. Krass. Ah, jetzt ohne Mist, Leute, das wusste ich nicht. Aber wir können es ja nicht mal benutzen. Was ist denn das für ein Scheiß? Muss ich hier von oben reinhüpfen? Komm, lass mich rein, lass mich rein. Lass mich rein, lass mich rein. Ich will das Auto. Ach, gucke mal. Das ist allerdings geil. Und wenn ich damit jetzt ein Salto mache und das Teil dann auf dem Kopf liegt. Vor allem, was ich auch sehr schön finde, wir haben zwar Anzeigen, aber keine Pfeile, die uns dann anzeigen. Oder soll das heißen, wir fahren jetzt im vierten Gang, na, die vier. Wo ist denn unsere Tankanzeige? Geht's hier lang? Ja, hier müssen wir lang, ne? Können wir mit der Karre auch so ein paar Aliens umwäschen? So ein bisschen wie Far Cry, ne? Und vielleicht das Gefühl, die Straße ist ein bisschen zu eng für unsere Karre. Aber was soll's. Meine Autofahrkünste und ich sehe gar nichts. Ah! Jetzt springt uns doch bestimmt gleich so ein langes Elend vor die Karre. Ach, scheiße, wo ist denn hier der... Ne, wir können ja nicht da auf dem Steg lang. Wir müssen ja hier wieder auf den Weg kommen. Ach, das passt schon. Oh nein. Ja, nein. Okay, das geht nicht. Wir müssen außen rum. Dann fahren wir doch einfach mal hier rum. Ach, komm. Solange... Ich darf jetzt bloß nicht dafür sorgen, dass die Karre stecken bleibt. Das wäre echt kacke. Ach, guck mal, hier ist eine Brücke. Wow, oder ins Wasser treibt. Das wäre auch sehr ungünstig. Können wir hier so rauf? Ja, können wir. Ich wollte gerade sagen, ist die jetzt stecken geblieben? Okay. Ne, ne, ne. Bevor wir hier wirklich stecken bleiben, fahre ich mal lieber zurück und probiere irgendwie so dahin zu kommen. Oh, hier ist ja ein Weg. Hier ist ja immerhin ein richtiger Weg. Moment, ich muss mal ausstecken. Ich muss mal gucken, wo wir langfahren können. Hm. Hm. Ja, eigentlich müssen wir da hinten lang. Aber das ist ja... Da ist ja... Da komme ich ja nicht hoch. Wie soll ich denn das machen? Oder können wir irgendwie an der Seite den Berg hochfahren? Oder ich lauf einfach und lasse das Auto stehen. Er hat ja gesagt, wir müssen ein Auto finden. Aber vielleicht, ähm... Ist es ja egal, also... Ich glaube mal, die... Ich weiß gar nicht. Ach so, important locations, interesting locations, close map, primary objective. Ja, okay. Äh... Wird es jetzt wieder Abend? Oh, nee. Wenn es jetzt wieder dunkel wird, dann haben wir ein Problem. So, rückwärtsgang. Da entlang. Mit dem rückwärtsgang. Schubidu. Wuhu. Schubidu. Ah, da komme ich doch so gar nicht hoch hier. Wie soll ich denn das machen? Vielleicht hätte es hinten eine Abkürzung gegeben. Vielleicht hätte es hinten eine Abkürzung gegeben. Ich komme hier nicht hoch. Und ich traue mich auch ehrlich gesagt nicht richtig, das zu versuchen. Weil nicht, dass wir dann echt fies stecken bleiben. Ja, okay. Ne, das wird nichts. Das wird nichts. Ich lasse das Auto hier stehen. Ich lasse das Auto hier stehen. Wunderschön. So. Und wie es dann weitergeht? Oh mein Gott. Die Folge ist zu Ende. Wie es weitergeht, das seht ihr im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.